hallo freunde habt ihr jemals schon das glück gehabt mit einer suppenschildkröte zu schnorcheln ich hatte es und zwar auf der insel kos in griechenland am strand von marmaris bin ich beim schnorcheln einer suppenschildkröte begegnet es war echt faszinierend einige minuten lang neben diesem tier zu schwimmen kommt mit begleitet mich ich zeige euch wie das war ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020